Nehmen Sie sich einen Hocker oder einen ungepolsterten Stuhl. Schaffen Sie sich so viel Platz, dass Sie Ihre Arme ungehindert nach vorn und nach der Seite bewegen können. Setzen Sie sich auf das erste Drittel des Hockers, so dass Ihre Oberschenkel die Sitzfläche nicht berühren. Stellen Sie Ihre Füße auf den Boden auf. Und beide Arme nach oben, ganz weit nach oben. Und beide Arme nach oben, ganz weit nach oben. Und beide Arme nach oben, ganz weit nach oben. Und beide Arme nach oben, ganz weit nach oben. Und ganz weit nach oben, ganz weit nach oben. Und schwingen Sie. Und Richten Sie sich auf, beugen Sie Ihr rechtes Bein. Ziehen Sie es ganz an sich heran. Gleichzeitig schwingen Sie dabei die Arme. Und schwingen Sie. Und Beide Arme. Beide Arme nach oben, ganz weit nach oben. Und Beide Arme nach oben, ganz weit nach oben. Und Und ganz weit nach oben. Nehmen Sie Grätschstellung ein und schwingen Sie. Und schwingen Sie die Arme gegen Fleisch. Und beide Arme nach oben. Ganz weit nach oben. Und beide Arme nach oben. Ganz weit nach oben. Und ganz weit nach oben. Und ganz weit nach oben. Ganz weit nach oben. Und setzen Sie sich wieder. Ganz weit nach oben. Ganz weit nach oben. Ganz weit nach oben. Ganz weit nach oben.